Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf Deine Weiße. Als wir die neuen Türen, die Notausgänge eingeschnitten haben und Einlasttüren und dabei mit der Kettensäge das Holz aufgeschnitten und hinter der Verkleidung in der Glasrolle lag dann dieser hübsche Marder. Theater ist nun mal Teamarbeit. Wir gehören alle dazu. Ob das jetzt die Festspielleitung ist oder ob das die Reinigungskräfte sind, die Handwerker, alle gehören dazu. Tja, die kriegt man nur dadurch unter einen Hut, indem man sie informiert, indem man sie alle zusammenbringt. Und dieses Gruppenbild, das ist was ganz Besonderes jedes Jahr. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Jeden Einzelnen kann man ja nicht abbilden in dem Festspielheft. Aber dieses Gruppenbild erfreut sich wirklich große Beliebtheit, weil da eben mal wirklich dann alle drauf sind. ist ja auch auch bin. Das ist ja auch. Wenn du Nintendo ja jetzt rückst. Das ist ja das. Sie können diese Ballし. Ja und Hy comunidad. Ich weiß Sie, dass. Ich weiß das nicht wie Problem sein. Es könnte doch mal. Da war zufällig gerade ein Fotograf in der Gegend, da war vorne die Gruppenaufnahme vom Haus und da hat ein Fotograf den Fehler gemacht, da vorbeizulaufen. Da hat Wolfgang Wang dazu gemeint, er möchte mal sofort hinter die Kammer und auf den Auslöser, dass er auch mit draufkommt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.